Hallo bei Start with Stock, mein Name ist Ingo Lindmayr von SpielsynDesign. Als leidenschaftlicher Bild-Composer zeige ich euch in meinem Tutorial, wie ich mit Adobe Stock und Adobe Photoshop eines meiner Wortspiele zum Leben erwecke. Schaut einfach mal rein, wie viel Zug so ein Pferd bekommen kann. Viel Spaß und Inspiration mit meinem Tutorial.